Hi, mein Name ist Thibaut Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gear-Check des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums & Percussion Magazins. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Im Gear-Check der 33. Ausgabe des Podcasts Schlagabtausch mit Dirk Brandt und meiner Wenigkeit möchte ich euch Möglichkeiten zeigen, wie ihr aus einem regulären Becken ohne großen Aufwand ein sogenanntes Sizzle-Becken machen könnt. Ein Sizzle-Becken ist allgemein gesprochen ein Becken, das mit Nieten, Ketten oder anderen Gegenständen versehen ist, um den Klang zu verändern bzw. das Becken länger klingen zu lassen. Vor allem in den Zeiten des Swing, häufig bis heute im Jazz, wird ein Sizzle-Becken als Haupt-Ride-Becken verwendet, aber auch viele Nicht-Jazz-Schlauzöger, wie beispielsweise Ringo Starr von den Beatles, verwendeten ein zweites, normalerweise dünneres und etwas größeres Ride-Becken, als es die Haupt-Ride war, mit Nieten, um klangliche Abwechslung zu kreieren. Ein Nietenbecken seht ihr zum Beispiel hier bei mir links hängen. Da sind die Löcher drin und da könnt ihr schön sehen, wie die Nieten hier in diesem Becken drin sitzen. Da Becken immer individueller werden, Musikerinnen und Musiker mit Klängen forschen und anderes Sound suchen, lohnt es sich selbstverständlich auch heute mit Sizzle zu arbeiten. Simple Companies experimentieren bis heute mit Nieten und Sizzle in Kombination mit allen möglichen Beckenarten, mit Bottom-Hiats, Scrashes, Splashes und vielen mehr. Auch ihr dürft natürlich forschen und herausfinden, wo ein Sizzle-Becken für euch Sinn macht. An dieser Stelle etwas Geschichtliches dazu. Sillchen war der erste Beckenhersteller, der in den 1940er Jahren Nieten in Becken eingesetzt hat. Die von Armand Sillchen genieteten Becken wurden von den Jazz-Schlagzeugern inspiriert, die, man mag es kaum glauben, echte Nägel in ihre überwiegend chinesischen Becken einschlugen, um ihnen einen längeren Klang zu verleihen. Ein echtes chinesisches Becken habe ich mal hier. Da könnt ihr sehen, wie das aussieht. Und da sind auch die Nieten drin. Ich zeige es mal von der anderen Seite. Hier sind die Nieten. Das Ganze klingt dann so. Wie ihr also bei diesem Becken sehen könnt, als auch bei dem chinesischen Becken, ist es nötig, um Nieten in der Becken zu bekommen, dieses Becken anzubohren. Ich verstehe jetzt jeden, der sein sündhaft teures Lieblingsreit nicht anbohren möchte. Zwar ist es so, dass wenn die Nieten aus einem Becken entfernt werden, der frühere Klang normalerweise wiederhergestellt wird, trotz der kleinen Löcher in dem Becken verbleiben. Aber zu große oder zu zahlreiche Löcher machen den Klang eines Beckens von Grund auf trockner. Wer sich aber nicht darauf verlassen möchte, für den habe ich gute Nachrichten, denn Bohren ist nicht zwingend nötig, um ein Sizzlebecken zu bekommen, da es sehr gefällig klingende Alternativen zu den Nieten gibt, bei denen das Becken ohne Schaden davonkommt. Genau um diese Möglichkeiten geht es in diesem Video. Eine der gängigsten Methoden, ein Sizzlebecken ohne großen Aufwand zu erreichen, ist es, eine Kette von der Mitte des Beckens herunterhängen zu lassen. Viele Häschler bieten solche Ketten an. Meine drei Ketten hier sind von der Klangmacherei von Mick Scharf. Sie haben, wie man sehen kann, unterschiedliche dicke Kugelketten, was natürlich einen unterschiedlichen Klang auf dem Becken erzeugt. Dank der gummierten Klemmen halten die Klangmacherei-Ketten ganz easy. Sie sind schnell befestigt und sind genauso schnell wieder weg. Der Kostenpunkt für eine Kette von Mick Scharf liegt je nach Kugelkette bei 5 oder 6 Euro. Aber auch ProMarkt, Meidel, NoNuts und viele weitere Hersteller haben Ketten in den verschiedensten Ausführungen in ihrem Programm. Preislich bewegen sie sich meistens so zwischen 28 Euro. Wer es lieber Do-it-yourself mag, in jedem gut sortierten Baumarkt werden die verschiedenartigsten Ketten als Meterware angeboten. Preislich geht es pro Meter circa ab einem günstigen Euro los. Da kann man viel ausprobieren und rumexperimentieren. Jede Kette erzeugt einen anderen Klang, abhängig von der Dicke, dem Gewicht, der Beschaffenheit, der Länge und so weiter. Schön ist, was euch gefällt. Besonders geeignet sind Ketten mit Kugeln. Das ist meine Meinung, da diese ganz gut auf dem Becken springen. Eine solche Kette aus dem Baumarkt habe ich viele Jahre benutzt. Hören wir uns aber mal zunächst die Ketten der Klangmacherei an. Ich verwende für alle Klangmachspiele in diesem Video ein Sabian Artisan 22 Zoll Medium Write. Die Aufnahmen sind alle ohne Effekt, sprich kein Equalizer oder Kompressor oder ähnlichem. Aufgenommen habe ich mit zwei Bidynamic M90 Pro X Mikrofonen, eines über der Snaredrum und eines rechts bei meinem Stamptom im Sinne der Clint-Johns-Methode. Beginnen wir mit der leichtesten Kette, aber zuvor das Write ohne Einzesseleffekt. Take Kette Untertitelung des ZDF, 2020 Es folgt die etwas schwerere Kette der Klangmacherei. Untertitelung des ZDF, 2020 Es folgt die etwas schwerere Kette der Klangmacherei. Und die schwerste Kette der Klangmacherei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun die Kette aus dem Baumarkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich finde es immer wieder mega interessant, wie unterschiedlich der Klang des Rides mit den verschiedenen Ketten sich verhält. Neben der Kette gibt es aber auch weitere Möglichkeiten sich an Sizzle-Becken zu basteln. Die nächste Idee stammt von meinem Dozenten Hans Decker, dem Schlagzeuger der WDR Big Band. Alles was man dazu benötigt ist etwas Kleingeld, zum Beispiel ein 1 Cent Stück oder auch 2, 3, je nachdem wie viel Sizzleffekt ihr haben möchtet. Ein Schein wäre ja allerdings nicht so effektiv. Getreu dem Motto, wer den Cent nicht ehrt, ihr wisst schon. Alles was man nun tun muss ist, mit etwas Klebeband die Münze auf dem Becken zu fixieren. Dabei muss das Klebeband so angebracht werden, dass die Münze beim Anschlagen des Beckens schwingen kann, damit der Sizzleffekt überhaupt zum Tragen kommt. Je mehr Münzen ihr befestigt, desto mehr Sizzle bekommt ihr. Aber denkt auch daran, dass ein Klebeband mit einer Münze nicht so schnell entfernt ist, wie vorhin eine Kette. Ich befestige meine 1 Cent Münze rechts auf meinem Ride. Achtet beim Nachmachen darauf, dass ihr Klebeband benutzt, das sich auch wieder einfach vom Becken ablöst. Ansonsten bekommt ihr unschöne Stellen auf eurem Becken. Achtet beim Nachmachen Das war's. 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 Ketten und Münzen sind für mich die zwei üblichsten Arten, ohne großen Aufwasch, ein Sizzle-Sound zu bekommen. Es gibt aber auch noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Es können im Haushalt befindliche Gegenstände sein, wie ausrangigte Perlenketten, ein Schlüsselbund, rasselartige Dinge aller Art. Hauptsache man kann es am Becken irgendwie befestigen. Wie klingt beispielsweise dieses Perlenarmat auf dem Ride? Das war's. Das war's. Lasst uns just for fun mal diese Perlenkette auf ein Splash legen. Wo wir schon beim Experimentieren sind, hier habe ich ein ausrangiertes Hundehalser mit einem Schlüssel daran. Das lege ich auch mal auf meinen Ride. Das lege ich auch mal auf meinen Ride. Ihr seht, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Probiert aus, experimentiert. Das kann wirklich großen Spaß machen. Das war der Gear Check der 33. Ausgabe des Podcasts Schlagabtausch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Schaut euch auch unbedingt auf der Seite der Trumps & Percussion. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch direkt hören und auch die vorhergehenden Episoden finden. Diesen Link findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Bleibt gesund und munter. Macht's gut. Bis demnächst. Euer Timo. Ciao.